Ein flauschiges Hallöchen ihr Süßen und willkommen zurück zu Annas Quest. Die Hexe sitzt in ihrem eigenen Käfig. Wir haben sie mit ihren eigenen Tricks gefangen, nämlich mit der Falltür, die wir, schnur sei Dank, öffnen konnten, genau in dem Moment, als sie da oben wie so eine Bekloppte drauf rumgehüpft ist. Merken wir uns einfach mal, auch für die Zukunft und für jedes andere Spiel und jede andere Situation, wenn eine Falltür sich nicht öffnet, ist es eine blöde Idee, drauf rumzuhüpfen, um zu gucken, ob sie nicht vielleicht doch irgendwann aufgeht. Ja, und bis dahin kann sie ja an den Knochen knabbern, dann hat sie auch was zu essen. Lecker, lecker. Das finde ich übrigens immer noch ziemlich eklig. Das ist sehr wahrscheinlich Knochenmehl und da will ich... Aber manchmal läuft hier eine Maus entlang, die ist ganz süß. Child, lass mich raus! Lass mich raus! Nö? Nein, du witzige, witzige Person. Du kommst nie raus. Oh, aber... aber... aber ich bin nicht witzige. Das fürchte ich auch. Mit was für einem Spruch hast du denn das Buch belegt? Mit welchem Spruch hast du denn das Buch belegt? Hm, das bringt nichts. Wir haben ja oben das Buch. Das ist ja eigentlich der Grund, aus dem wir... Nein, eigentlich war der Grund, dass wir tatsächlich Hänsel retten wollten. Aber sie hat auch unser Buch. Sie ist nämlich die Alte, die uns in der Gasse mit einem Trick unser Zauberbuch abgenommen hat und das wollen wir natürlich wieder haben. Das Problem ist, wir können es uns nicht einfach nehmen, weil sie es eben scheinbar mit irgendeinem Spruch geschützt hat. Und... Was spell did you put on the book? Hehehehe, like I'll tell you, you wretched thing. You'll never have my book. Never! T-t-t-t! Hmm... I'm going to regret this, I think. But... What if we make a deal? Hm? I'll promise to let you out, if you promise to let me have the book back, and... Hm? And promise to stop kidnapping children. Hmm... No! My book! Not talking to you anymore! Go away! But... But you'll starve in there, if I don't help you out! La 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 la! Not listening! Sie ist ein bisschen anstrengend, die gute Hexe. Warum hast du überhaupt die ganzen Kinder entführt? Das wäre natürlich interessant. Mit welchem Spruch hast du denn das Buch belegt? Ich habe schon ein wenig mit Schutzzaubern experimentiert. Da könnte ich ihn auch alleine herausfinden. So heißt es, Jim, schon niemals wird je eine Hexe deine Größe erreichen. Wenn du mir den Spruch nicht verrätst, dann... Hm, das bringt... Es sind definitiv sehr viel mehr Optionen geworden. Ich nehme aber jetzt erstmal die zweite. Die hatten wir nämlich schon ganz am Anfang. Do you remember the spell you used to protect the book? Of course I do! It was... Wait... Huh? No! Not falling for your cunning little rotten children tricks! Hmm, dang! Thought I had you then? You'll never have my book! Never! Ki-ki-ki! Wir können ihr also scheinbar den Spruch irgendwie abspenstig machen. Aber erstmal interessiert mich jetzt tatsächlich, warum sie die Kinder entführt hat. Sie hat ja gemeint, die Dorfbewohner hätten sie für irgendwas kritisiert. Und das hat ihr nicht getaugt. Die Frage ist, was sie jetzt genau angestellt hat. Warum musst du all diese Kinder entführen? Sie haben sie nie etwas für dich getan. Sie werden getrunken! Nicht meine Schuld, dass sie sich umgeheben, wo sie nicht sein sollten. Sie ist echt unsympathisch. Ich habe schon ein wenig mit Schutzzaubern-Experten mit dir erzählt. Erzählen wir mal das. Unsympathisch. Irgendwie werden wir es herausfinden. Dann versuchen wir mal sie auszutricksen, so wie sie uns ausgetrickst hat. Ah, du bist richtig. Niemand könnte niemals so groß wie du sein. Genau. Du! Warte! Ich sehe deine Tricks, rotter Kind! Ich schaue nicht vor ihnen. Ich schaue nicht! Hm. Vielleicht nicht die richtige Beziehung. Okay. Mit welchem Spruch hast du das Buch belegt? Da will sie es uns fast sagen, sagt dann aber auch, Moment. Hier sagt sie, dass wir nicht halb so viele Sprüche kennen können wie sie. Hier lässt sie sich gerade nicht täuschen. Ich bin jetzt auf deiner Seite. Bitte? Nee, bisschen nicht. Oh, sie ist viel zu süß dafür. Okay, wir könnten jetzt eben noch das versuchen mit, ich bin jetzt auf deiner Seite. Aber ich denke, wir müssen, wir müssen sie... Ja, versuchen wir erstmal das. Und wenn ich jetzt schon so weit bin, dass wir jetzt zumindest das nicht... Ähm, wenn... Nein. Versuchen wir jetzt einfach mal, dass wir ihr jetzt ein Kompliment machen. Ah. Du bist richtig. Niemand könnte niemals so groß wie du sein, als du bist. Genau. Siehst du, du hast es endlich geschafft. Für einen dreckig, rotten, gut für nichts Kind, bist du nicht komplett stupid. Wenn du es anpassen möchtest, könnte du zumindest ein wenig nicht komplett schreckiges Wich sein. Vielleicht. Wir machen Fortschritte, glaube ich. Was könnten wir ihr jetzt sagen? Jetzt drohen wir ihr am besten nicht. Vielleicht, wenn wir ihr jetzt sagen, dass wir schon ein bisschen herumexperimentiert haben. Ich habe in den Schmutzern ein bisschen gegenseitig. Du denkst, ich kann das herausfinden? K-k-k-k! Fingere es heraus? Du bist zu sehen, wie groß ich bin. Was du denkst? Nein, das ist wahr. Ich sage, du bist einfach zu gut ein Wich. Da ist keine Chance, dass ich so großartig wie dein Schmutzsinn. Genau. Genau. Ich erinnere mich alles in meinem clever, clever brain. Und niemand weiß, außer mir. Was könnten wir jetzt nehmen? Vielleicht fragen wir jetzt einfach mal ganz direkt nach dem Spruch. Sie, die besten Recipes für Kinder sind in Sie. Es gibt keine Kuchen, oder... Hold on. Ah, wait! Nein, nein, nein! Curses, curses, curses! Well, whatever. Du hast nicht alles gehört, so es ist nicht sinnvoll. So, ha! Ich werde nicht mit Ihnen sprechen, und Sie werden nicht hören. So, joke's on you! Ah, stupid, rotten Kinder. I think you're all so clever, stupid little... I'll eat you all, show you. This could be enough. I'll see if the sorceress knows the spell from just this bit. Okay. Wir haben also den Anfang des Spruchs, dann gehen wir mal nach oben und schauen. Vielleicht kriegen wir es ja tatsächlich hin. Kann ich das einfach, wenn ich jetzt auf... Wenn ich jetzt nehmen mache, kann ich dann den Spruch... Ja, ja, aber wie kann ich das denn... Ich hab den ja nirgendwo aufgeschrieben. Wie kann ich... Ich muss nochmal nach unten gehen, glaube ich. Nochmal zur Hexe. Ich rede nochmal mit ihr. Er würde echt zu der Hexe Young Lady sagen? Ja gut, ich verstehe schon. Sie hat es gerade auf sich bezogen, wenn sie da drin sitzen würde. Aber... Die Vorstellung ist ganz süß, dass der Opa auch die Hexe Young Lady nennen würde. Wie können wir den Spruch anwenden? Wie können wir das schaffen? Hier drin ist ja nichts, womit wir irgendwie... Wir haben alles schon untersucht. Wir haben alles schon gemacht. Wie könnten wir also... Vielleicht mit dem Eintopf? Das stimmt. Vielleicht was mit dem Ofen? Ganz ehrlich, die Vorstellung, Kinder zu essen, ist... Ganz ehrlich. Der Vogel... Ich weiß wirklich nicht, wie wir... Vielleicht mit dem... Ja, Zauberbuch? Nee, geht nicht. Wir haben also alles von der Hexe erfahren, was wir brauchen. Ich gehe jetzt einfach nochmal zurück nach Wunderhorn. Ganz, ganz vielleicht kann uns ja da schon jemand helfen. Oder wir können bei der Zauberin nachfragen. Die gibt es ja auch, die in der Gasse. Vielleicht kann sie uns helfen, den Spruch zu kompletieren. Immerhin braucht sie das Buch ja auch. Wegen ihr versuchen wir ja dieses... Ja bitte, bitte, bitte in die Gasse. I don't think there's anything else here. Ach ne, Gasse. So bitte. Denn letztlich wollen wir ihr das Buch zurückholen, weil sie das braucht. Und vielleicht... Können wir sie darauf ansprechen. Sie müsste sich ja mit solchen Sachen auskennen. Kannst du mir sagen, mit der Bernsteinkugel, mit der Rose, wegen dem Zauberbuch, das du brauchst? Weißt du irgendetwas über Schutzzauber? Do you know anything about protection spells? What? Well, uh... Yes, of course. But what are you asking about that for? It's just... Well, I found your spell book, but it's protected, you see. Oh. Oh. Oh, you mean that spell. Yes, yes, of course. But it's complicated. Of course it is. This is a chant-based spell. A chant to set it, and a chant to break it. One chant cannot be broken without knowing the one that came before it, see? Sie könnte uns schon ein bisschen mehr helfen. Und die Hälfte des Spruchs kennen wir ja schon. Ich glaube, ich weiß wenigstens ein bisschen was von der Beschwörung, wenn es hilft. Ich glaube, ich weiß wenigstens von der Chant, wenn das hilft. Spellbook, Spellbook, dost thou sie? Die besten Recipes für Kinder sind in dir, da ist nicht ein Cookbook oder... Und das war es. Das war's, alles ich konnte von ihr. Oh. Oh mein, so einfach. Though ich sollte mir so viel erwarten, als ob eine Mere Millwitch. Es ist ein Wettbewerbler. Oh. Meaning, it has been given the mind to look after the Millwitch. You just need a Chant to remind it of why it should be helping you instead. Oh. Really? I have to make the book feel bad for me? Uh, sure. Something like that. The Chant to break it is as follows. So listen close, child. Okay. Spellbook, Spellbook, dost thou sie? My cursed grandpa is waiting for thee. There's not a more powerful Spellbook in sight. Teach us the cure from your page is so white. That's it. Speak those words and the book is yours. Oh, okay. Got it. I think... Okay, das wäre ja dann perfekt. Dann könnten wir uns jetzt das Buch holen. Okay, dann gehen wir wieder zurück. I best get looking for these objects, then. Um, yes. Okay. I'll see you soon, then. With the objects. Okay, then. Tschüssi. Ich mag sie immer noch nicht ganz. Dafür, dass sie unsere größte Hilfe ist, ist sie ein bisschen unsympathisch, wenn ich mal so sagen darf. Aber sie soll ja ein sehr reines Herz haben. Also alles gut. Zur Mühle. Dann erregen wir mal ein bisschen Mitleid bei dem lieben Buch und gucken, dass wir dann uns um die anderen Sachen kümmern. Vielleicht, wenn jetzt Hensels Vater wieder da ist, können wir ja auch mit dem... Ich bin mir fast sicher, dass wir dann... Habe ich eigentlich den Zaub... Nee, den habe ich so... Nein. Ich bin fast sicher, jetzt können wir auch wieder was in der Taverne machen. Oder ich hoffe es zumindest. Okay. Let's see if this works. Ahem. Spellbook, Spellbook, dost thou see? My cursed grandpa is waiting for thee? There's not a more powerful Spellbook in sight. Teach us the cure from your pages so white. Aha. Success. Yay. Währenddessen. So. Uh. Oh dear. Have you or have you not seen either of these two? Um. No. No. I have seen no such, um, deviance. Deviance indeed, sir. Of the highest order. Well, second highest. Who, ahem, uh, might a gentleman, who's not at all involved, uh, inquire as to what they have done? I cannot say, good citizen, but the order comes direct from the queen herself. Well, queen to be. Bob, what have I told you about this? Once again, we're in the middle of an interrogation, and yet it's all about Bob, isn't it? Well? Yes, you're right. It's not always about Bob. I'm sorry, sir. Ah, it's quite all right, Bob. It's been a hard run today. What say we put our tensions aside and sample some of this fine establishment's offerings? What say you, good citizen? You will join us, won't you? Oh, uh, but, sirs, I'm not allowed to go in there. Nonsense! A man with a fine mustache is yours? Ha! What pish posh! Come along now, it's in order. Eh... Calm up, Ben. And so not only did I put an end to her catching kids now, but I also got the book. Yes, wouldn't want any more kids captured, would we? Pardon? No, nothing. It's a great good you've done, sure. That is but one item, child. Don't get too excited. There's still a way to go. Die Bernsteinkugel war im See bei den weißen Frauen. Ich find das immer noch so cool, dieses deutsche Begriff da drin. Und die Rose war auf dem Berg vor der Drache, glaub ich, haust. Ich glaub, das brauchen wir nicht nochmal erklärt bekommen. Das passt so schon. I best get looking for these objects, then. Um, yes. Okay. I'll see you soon, then. With the objects. Okay, then. Und habt ihr das gehört? Wir würden ja nicht wollen, dass noch mehr Kinder verschwinden. Die mag einfach keine Kinder. Und uns glaub ich besonders überhaupt nicht. Ich trau ihr nicht so ganz, ehrlich. Ich trau ihr nicht hundertprozentig. Und ihnen müssen wir natürlich auch immer noch helfen. Aber erstmal gucken wir... Ich würde nochmal bei der Schmiede es versuchen. Ich geb einfach nicht auf. Ah, hallo? I hope you don't mind me asking. But is... Is your father the one who disappeared? You... You know where my papa is? Ah, not exactly, no. Oh. Okay, then. Is there anything I can do to help? No, no. It's okay. But thank you. I should get back to work now. Excuse me. Oh dear. Na gut. Das war fast zu erwarten, dass wir hier noch nicht weiterkommen. Ben ist jetzt in der Taverne mit irgendwelchen Wachen. Ich guck da auch mal rein. Ich hoffe, die erwischen uns nicht gleich. Oh, hi Ben. I didn't know. Oh. And then the cowering thief turned and said... Uh oh. Oh dear. Uh, no. No, he said neither of those things. Whose story is this anyhow? Hold on. Hold on. You two know each other? Hi Anne. Uh. An innocent friend of mine. Who isn't Anna the wanted girl. Ah. Y-yes. Hello mister. Who is a normal friend of mine and not a bear. You know. There is a young girl wanted in the area that looks just like you. Oh. Like me? B-but I'm just a completely innocent girl. Ha 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 ha. An innocent, not guilty girl, you say? Yeah. Say. No, no bear friends. Ha ha ha. A friend for a bear. How strange. Strange indeed. But dangerous. So don't approach them if you do see them, you hear? Now where was I? Ah darn it, I don't remember. Hm. Ja, das sind ja ganz besonders helle Stadtwachen, die wir da haben. Das ist ja... Ein Königswachen. Tut mir leid. Königswachen. Die sind ja, also... Intelligenz auf zwei Beinen. Aber natürlich ist nicht alles, was Beine hat, auch sonderlich groß. Aber Ben, der muss sehr gelitten haben am Anfang, bis er vermutlich gemerkt hat, dass die Beinen echt alles glauben. Okay. Reden wir mal mit unserem Nicht-Bären-Freund, der Ben heißt, aber definitiv nicht der Bären-Freund dieser seltsamen, schuldigen Mädchens ist. Are you okay, Bea? Äh... Yes. Bea, ähm... Bea Bjorn? Bjorn. Bjorn ist mein Name, nicht wahr? Er... Abba. Er... Abber... Ab... Abbie? Yes. Yes, Abbie. I am well, Abbie. Good grief. You travelers have peculiar conversations. Do you always quibble over your own names? Oh, yes. Nothing like a good name, Quibbling. Hear, hear. To Quibbling. I can't turn down a toast. To Quibbling. But yes. Yes, I'm fine, thanks. Just hurry. We should get going as soon as possible, I think. Couldn't agree more. I'm figuring this out as quick as I can. I promise. Bjorn und Abbie also. Das sind unsere neuen Helden. Ab jetzt heißt es Abbies Quest. Ach, der Gilbert, der da hinten. Well, there you go. The disguise seems to be going well. Well, the poor guy doesn't look any less stressed being here, though. I always thought Royal Guards would be... Dashing? Heroic? Or even just a little... In times of dangerous children and roaming bare folk, I must say, it is good to still find gentlemen like yourself. A toast to you, good sir. Just a little less clueless. Die sind doch nicht leichtgläubig. Nein, die sind einfach, ähm... Ja, sehr... Sie glauben noch an das Gute im Menschen und dass niemand lügen würde und sich Verbrecher auch gerne mal selbst einsperren. Reden wir mal mit ihnen. Vielleicht finden wir da noch mehr über ihr sonniges Gemüt heraus. So far they don't suspect me, but I don't want to try my luck any further. Na gut, zu schade. Kann ich denn hier irgendwas mit denen anstellen? Vielleicht kann ich sie nach dem Porträt fragen. I don't really want to use the portrait with anything. I prefer to hold on to it. Hopefully I can find the people in it and warn them about Winfriede. Na gut. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten sie fragen. Denn das Mädchen sieht ja aus wie Queen Janike. Also Königin Janike. Was machen wir jetzt? Wir könnten mal versuchen, Gil nochmal zu fragen. Opa hat mir erzählt, dass wir wirklich... Bitte, bitte bring mich zum See. Das haben wir... Wir versuchen es einfach nochmal. Ein bisschen betteln. Bitte, bitte, bitte take me to the lake. I'll be your best friend. Yeah, well... You're not invited to my birthday party then. Das wird ihn, fürchte ich, nicht so ganz tangieren. Na gut. Versuchen wir es nochmal mit dem Wirt. Na, der Wirt bitte. Ah, da geht's auch nicht. Und ihn kann ich sicher auch nicht aufwecken. He doesn't seem to be a particularly chatty man. I think I'll leave him be. Vielleicht könnte ich dann... Ich weiß nicht, ob wir in dem Laden noch was machen können. Wir haben immer noch diese kaputte Laterne. Die ich vermutlich in der Schmiede reparieren lassen kann. Wir haben eine Schere, eine Nadel, wo ich nicht weiß, wofür wir die brauchen. Ein zerrissenes Bettlaken und unseren kleinen Drachen, wo ich weiß, wo wir ihn für brauchen. Könnte ich vielleicht einfach... Warte mal, könnte ich das... Ach nee, der Springbohnen, hier ist ein Rohr, aber das kann ich ja nicht... Ich versuche nochmal, nicht in die Kirche, sondern zum Waldpfad zu gehen. Vielleicht ist ja Raynard nochmal irgendwo hier und kann uns helfen. Können wir mit dem Gebüsch reden? Wegen Bens Verkleidung, das kommt mir etwas komisch vor. Diese Kreatur des Waldes, von der die Dorfbewohner sprechen? Ich sollte besser los. Na gut, also kannst du mir nicht mit der Kreatur aus dem Wald helfen. Na gut. Dann gehen wir mal wieder. Bestimmt. Weil wir manchmal hilflos sind und ich dann alles durchprobiere? Eigentlich ein ziemlich kluger Gedanke. Okay, da war es nicht. Bei der Mühle war das. Laden, Taverne, Laden zur Mühle. Ich glaube zwar nicht, dass es uns schon was bringt, aber wir könnten nochmal versuchen, in den Wald zu gehen. Denn eigentlich hatte ich gehofft, aber ich glaube, da verlaufen wir uns nur wieder. Okay, wir wissen aber... Schade. Das hätte ich jetzt schon ganz gerne gemacht. Okay, ich will mal eben schnell schauen, aber hier gibt es nichts weiter, oder? Nee, es gibt nur die Möglichkeit, da reinzugehen. War ein Versuch wert, dann gehen wir wieder zum Dorfplatz zurück. Und vielleicht kann ich ja doch was mit den Königswachen anstellen. Ich weiß nur noch nicht was, aber die werden ja nicht umsonst da drin sitzen. Also ganz, ganz ehrlich, die sind ja nicht nur aufgetaucht, damit wir... Ich weiß nicht. Damit sie da sind. Ich gehe also nochmal rein und wir gucken mal, ob wir doch nicht irgendwas mit denen anstellen können. Vielleicht auch mal mit Björn reden. Überspringen wir das mal eben ganz schnell. Irgendwas muss es mit den König... Wie gesagt, die sitzen ja sicher nicht nur hier, damit sie hier sitzen. Also irgendwas muss es mit den Königswachen auf sich haben. Oder ich kann vielleicht... Kann ich sie auf die Wachen anwenden? Und mit den Äxten? Schade. Es war ein Versuch wert. Ich werde nochmal versuchen, sie anzusprechen. Vielleicht geht es ja doch. Ansonsten drücken wir einfach hier drinnen mal die Leertaste. Schade. Um zu gucken, was es hier noch so gibt. Wir haben die Zapfhähne, die Rohre, die Schilde. Warte mal, Kohlen. Habe ich irgendwas um die Kohlen? Eigentlich nicht, oder? Hm. Und wenn ich was mit dem Topf mache? Was? Es ist ein... Nicht sehr schönes Schild, die von da rauskommt. Ich glaube nicht, dass ich wirklich nicht wissen will, was es ist, die in der Kälte zu kälten. Ich wirklich nicht. Hm. Entschuldigung, ich habe mal ganz kurz eben gespeichert. Ähm. Denn ich glaube, ich komme an der Stelle nicht weiter. Und wir werden einfach gleich die Folge... ...beenden. Und eventuell mache ich es dann nämlich so, dass ich ab der Stelle einfach ein bisschen rumprobiere. Und wenn ich rausgefunden habe, was wir machen sollen, kommen wir an die Stelle zurück und es geht dann hier in der nächsten Folge weiter. Deswegen einmal schnell diesen kleinen Speicherstand angelegt. Das müsste, glaube ich, einfach jetzt schnell speichern gewesen sein. Denn das mache ich ja mal ganz gerne. Wenn ich einfach nur versuche, alles mit allem zu benutzen und nicht weiß, wie es weitergeht... ...wir könnten nochmal versuchen, mit den Bremer Stadtmusikanten zu sprechen. Hütten hier einzigen... Na gut. Denn ich denke einfach, wenn ich versuche, wirklich alles kreuz und quer mit allem zu benutzen, dann ist das nicht so sonderlich spannend. Und dann kann man sich, glaube ich, darauf konzentrieren, dass wir das am Schluss dann einfach das machen. Also wenn ich das schon in anderen Spielen gemacht habe, dann habe ich ja wirklich nur geguckt, dass ich eine Sache habe, wo ich weiß, okay, jetzt komme ich weiter. Das hat funktioniert. Dann habe ich immer den Spielstand geladen, habe dann meine Aufnahme wieder fortgesetzt und dann waren wir zumindest einen Schritt weiter. Und meistens hängt man ja in diesem einen Schritt fest und nicht an 100.000 Sachen. Und ich glaube einfach, wir haben jetzt tatsächlich nichts. Ich könnte nochmal versuchen, ob ich beim Antiquitätenhändler... Aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch nicht, dass hier noch sonderlich viel ist. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier noch allzu viel ausrichten können. Deswegen würde ich sagen... Nein, ich wollte nicht so müde, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich in die Taverne wieder rein. Eigentlich wollte ich hier nochmal rein. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier an der Stelle Schluss. Ich bedanke mich sehr dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Wenn ich dann garantiert zumindest ein bisschen weiterkomme und ein bisschen Ahnung habe, was passieren könnte. Vielleicht müssen wir auch nochmal mit den Zapfhähnen rumspielen, wer weiß. Ich werde es rausfinden und ihr werdet es dann das nächste Mal sehen. Macht euch bis dahin noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Und hoffentlich eben bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bye, bye. Bye.